Gehen Sie zurück, oder ich probiere mit dieser Scheiße hier. Ich will nicht schwören. Gehen Sie zurück, zurück! Keine Bewegung! Lassen Sie den Mist fallen! Ja, schon gut, schon gut. Gehen Sie in das Büro. Auf den Boden, mit dem Gesicht nach unten. Nicht Sie! Machen Sie die Tür auf. Auf den Boden, mit dem Gesicht zur Wand. Halten Sie sie auf! Ach! 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 Ach!